Es waren drei wohlhabende Männer. Papa hatte auch zwei Frauen. Weil die erste ihn wegen eines Dattel-Importeurs verlassen hat. Da hat er doch schon seit zwei Jahren ein Verhältnis mit seiner um 30 Jahre jungen Zugefrau. Lass meine Mutter aus dem Spiel. Er meinte, meine Mutter den Mut, ihr Leben zu ändern, anstatt sich umzubringen. Das Haus in der Schweiz, hat er das eigentlich vermietet? Wenn du damit andeutest, dass du mit deinem Winkeladvokaten dort einziehen willst, dann vergiss es. Freddy wird mich verlassen. Just thinking. About what? Okay, I think I have to say sorry for what happened. I'm sorry. I don't believe you. Come on. Out front is our housewarming party. Your party. You only know the business part of our fight. There is a private one, too. Alexander Berg has not only stolen my patent, but my wife, too. Well, I've asked myself a few times why you are so relentless against Berg. I'll see you next time. I've been here on the show. Untertitelung des ZDF, 2020